Willkommen zum Mii am Mittwoch und heute dreht sich alles um einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Hause Nintendo. Und zwar um Tool Link aus The Legend of Zelda Wind Waker, welches am 3. Mai 2003 exklusiv für den Gamecube erschienen ist und von Shigeru Miyamoto erfunden wurde. Link erkundet die Oberwelt mit einem Segelboot und hatte mit dem Tuckstock des Windes Kontrolle über den Wind. Wow. Das Spiel verkaufte sich rund 4,3 Millionen Mal weltweit. Außerdem erwartete uns in diesem Jahr im Herbst der Remake in HD für die Wii U, wo ich mich auf jeden Fall schon richtig drauf freue. Ja und mit diesen Informationen kommen wir nun zum Mii am Mittwoch. Wir gehen einfach mal auf Mii erstellen, wie üblich männlich und kommen dann gleich mal zur Gesichtsform. Dort wählen wir einfach mal das Runde. Wird eigentlich oft gewählt und gehen dann gleich mal weiter zu der Frisur. Bei der Frisur gehen wir in die achte Tabelle und nehmen links oben die machen Blond, weil Tool Link ist Blond. Von daher können wir das einfach so abschließen und gehen auf die Augenbrauen. Bei den Augenbrauen nehmen wir unten in der Mitte die zweiten von unten und müssen diese dann auch umplatzieren. Wir machen sie einmal nach außen. Wir machen sie einmal nach außen. Tun sie einmal nach unten drehen und einmal breiter machen. Also sprich so. Wir können das dann schließen und gehen weiter auf die Augen. Ja, bei Augen wählen wir die zweiten von links oben. Also diese tun die auch hier umplatzieren. Und zwar dreimal nach unten. Eins, zwei, drei. Zweimal nach außen. Eins, zwei. Genau. Und dann können wir das auch schließen und gehen auf die Nase. Bei der Nase wählen wir auch wieder die zweite von links oben. Tun sie auch wieder ein bisschen umändern. Und zwar einmal nach unten und bis zum Anschlag. Also machen wir sie ganz klein. So klein wie möglich sozusagen. Dann gehen wir auf schließen. Gehen auf den Mund und wählen in der zweiten Tabelle diesen hier aus. Ja, können dann auf weiter gehen. Nehmen noch die grüne, äh, die grüne Uniform und sind damit auch schon fertig. Und zwar ist das unser Tool-Link. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, schaltet nächste Woche einfach wieder ein, wenn es heißt Mia Mittwoch. Macht's gut, bis später und ciao.